Hallo und herzlich willkommen zu 24 Farbenfrohen Tagen. In diesem Jahr gibt es wieder einen Adventskalender. Es wird 24 Videos in den nächsten 24 Tagen geben, vom 1. Dezember bis 24. Dezember. Und es werden ganz unterschiedliche Sachen dabei sein. Natürlich Themenvideos, aber auch ein paar kleine DIYs. Ihr werdet Meditationen von mir bekommen. Es wird auch ein paar Vlogs geben. Es sind Geschenkideen dabei. Also auch so Inspiration, so ein bisschen Input. Es wird auch darum gehen, wie man die Weihnachtszeit möglichst stressfrei überstehen kann. Gerade wir Mamas. Und ich wünsche euch ganz viel Freude mit meinen 24 Videos. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und am 24. Dezember wird dann aber nicht Schluss sein. Es wird dann vor Silvester nochmal zwei ganz spannende Videos geben. Und auch im Januar geht es dann weiter, dass es jeden Tag ein Video geben wird. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Freude mit 24 Farbenfrohen Tagen mit mir.